Peter Pilz ist heute auch zu uns verauftragt für einen großen Einstieg, warte ich in den Oberstein-Landhaus heute auch gekommen. Peter, du hast ganz so besprochen, dass du einmal zu uns in Solskang noch ein paar Wischen zum Flinkfischen kommst. Jetzt ist da wieder was dazwischen gekommen. Ich fände eigentlich die Geschichte mit dem Untersuchungswischen, aber trotzdem, dann hast du einmal Zeit, mich jetzt zum Flinkfischen. Dann hast du ja da einiges vorgenommen mit dem Untersuchungswischen Ausschuss, das wird doch einige Zeit in Anspruch nehmen, nämlich ja. Also wahrscheinlich sind wir voll beschäftigt. Dann glaube ich, kann nur den Wischen fischen. Und Eisfischen im Solskamera-Parkisch auch in den Solskamera-Zendern haben wir gesehen. Dann haben wir halt Eisfischen. Gehen wir Eisfischen. Gehen wir Eisfischen.